Böhmer-Männchen machen. Verzweiflung über Deutschland. Hatten wir nicht gehofft, dass die surrealistischen Beziehungen zwischen der demokratisch-drakonischen Türkei, kurz DDT, nicht TNT, und der Deutschen Demokratischen Republik, was ist denn, sind wir nicht deutsch, nicht demokratisch, keine Republik? Na bitte. Also, wir hatten gehofft, die Banden zwischen unseren Völkern seien in trockenen Tüchern. Sprache, Medien, Politik, eine Lust. Jüngst las ich, das Schwimmbad ist in trockenen Tüchern und Bettnässer jetzt in trockenen Tüchern. Die Kanzlerin sucht wegen des Ausbleichens ihres Lebensabschnitts Koalitionspartners neue Verbündete und hat im unheilbar gesunden Mann am Bosporus einen potenten Potentaten gefunden. Die erste interkontinentale Koalition. Das deutsche Politiker jetzt in Istanbul tagen, freut die Betroffenen. Die Türkei ist ein tolles Land und das Harem gar nicht heram. Da tauchen aus der Tief des Raums deutsche Kunsthelden auf. Böhmerkost, Habemann, keiner, Gräuner und brüllend Scheulan bauen Barrikaden. Gerade die Kurpfalz ist gesegnet mit Tschekevaristen, Konsumisten und revolutionären Bier- und Weinhändlern aller Konzessionen. Offenes Hemd, Blick gen Osten, spucken sie in den Rhein und zischen. Komm, wir zeigen dir, wo der Barzel den Most holt. Darauf Panik in der Türkei. Der Präsident des Ostmanischen Reiches wird in Sicherheit gebracht. Heulen und Zähne knirschen in der DDT angesichts der Feuertrachen in Almania. Flüchtlinge strömen aus unserer geliebten DDR zurück nach Griechenland, um so schnell wie möglich vor diesen wilden Papiertigern in die Türkei überzusetzen. Lass nach, oh Grimm! Mir muss keiner sagen, dass Kunst und Freiheit der Kunst in Deutschland auf dem Block liegen. Deutsche Verfassung und Rechtsstaat werden bis zum Zerreisen gedehnt. Zur Verteidigung unserer Kultur brauchen wir aber mutige Frauen, Männer und Kinder. Keine Böhmer-Männchen. Wer die infantilen Witzchen dieser Männchen mit dem Recht auf Freiheit der Kunst verteidigt, versteht weder Kunst noch Freiheit. Die finanziellen, kulturellen und politischen Preise für die gnadenreiche Hilfe, die unser Mann am Bosporons uns leistet, explodieren dank Böhmer-Männchen. Der geistlose Brandstifter füllt weltweit die großen und kleinen Bildschirme. Man feigst sich eins, dass diese gescheiten moralischen Deutschen wieder einem Hanswurst auf den Schleim gegangen sind. Unter den Verteidigern des Künstlers, Jan B., sind viele Künstler und Kunstagenten. Da sagt viel über Geisteszustände in diesen Milieus. Übrigens, kennen Sie Böhmer-Männchens Satz, um den es geht? Nein? Warum nicht?